Inmitten einer großartigen Parklandschaft heißt sie das Landguthotel Hermann in Albertsdorf. Herzlich willkommen! Vor den Toren der nahen Hansestadt Rostock gelegen, profitiert das Hotel von den Reizen der mecklenburgischen Landschaft, von der Ruhe, Stille und Gemütlichkeit des dörflichen Lebens. Komfortabel eingerichtete Zimmer und Suiten lassen für Paare und Familien keine Wünsche offen. Ausgedehnte Spaziergänge im Park machen Appetit auf frischen Fisch, eine absolute Spezialität des Küchenchefs. Hier lässt sich nicht nur der norddeutsche Sommer genießen. Der großzügig ausgebaute Wellnessbereich bietet dem anspruchsvollen Gast ein Sohle-Schwimmbad mit Unterwassermusik, Gegenstromanlage, Wassagenlösen und ein Solarium. Außerdem können im umfangreichen Saunabereich gesundheitsbewusste Hotelbesucher gehörig entschwitzen kommen. Vom Landguthotel Hermann sind auch Ausflüge zum Darß- und Fischland, Rügen oder in die mecklenburgische Schweiz möglich. Leben wie der Landadel. Ein Traum, der für Sie Wirklichkeit wird.